Die Schafe bemerken ein Wolf erst, wenn es schon zu spät ist. Dann tun sie genau das, was der Wolf von ihnen erwartet. Sie rennen panisch durch die Gegend, fallen hin und werden zur leichten Beute. Essenszeit. Oh, heute hat jemand Geburtstag. Perfekt. Aber der wirklich gute Stoff ist in den oberen Etagen. Es ist die Art von Information, die jede Zukunft zunichte machen kann, die sich diese großartige Finanzinstitution erhoffen könnte. Aber der suckerte Achhalten wird alles eben nicht. Aber dann sollte ich auch somethinもし schon. Aber der ganzen Sommer bin der Prozent und die Erde auch superver話. Untertitelung des ZDF, 2020